Die folgende Übung dient der Aktivierung der Lymphe. Zunächst der obere Teil mit den Lymphknoten unter den Armen. Legen Sie die Hände unter das Schlüsselbein und beginnen Sie mit den Ellenbogen große Kreise zu rotieren. Machen Sie die Übung langsam und bewusst. Sie können auch die Richtung drehen. Machen Sie diese Abfolge zwischen 30 Sekunden und 60 Sekunden. Anschließend kommen noch die Lymphknoten in der Leistenregion. Nehmen Sie ein Bein und rotieren Sie das Bein langsam nach außen. In großen, kreisförmigen Bewegungen. Auch hier können Sie die Richtung ändern und von außen nach innen rotieren.